...Konferenz für das zweite Programm der Winterspielzeit hier in Zirkuskrone. In diesem Jahr feiern wir 250 Jahre neuen Zirkus, um es mal so auszudrücken. Philipp Estee gründete im Jahr 1768 eine Reitschule in der Nähe von London und gab am Vormittag Reitunterricht und am Nachmittag wollte er eben dem Publikum seine Reitkünste und auch die Künste seiner Schüler präsentieren und aus dem Grund schuf er eine Reitbar, so nach dem Modell des Zirkusmaximum in Rom, damit eben diese Reitkünste ringsherum betrachtet werden können. Und daraus entstand dann im Laufe der Zeit der heutige Zirkus, deswegen haben wir hier auch die Runde Manege in der Nähe sitzen. Zu diesen Reitkünsten kamen dann später eben auch ein Orpestartisten, Jean-Höre und Klaus und später dann auch noch die exotischen Tiere dazu. Und daraus entstand vor 250 Jahren den Zirkus, den wir heute kennen. Weiter bitte. Ich muss da leider ein Konformat losgeben an meinen Kollegen, damit er hier weitermacht. Wir sind nach wie vor in der 99. Winterspielzeit des Zirkus-Krone hier im Zirkus-Krone-Gebäude und das Programm ist natürlich auch wiederum von unserer Chefin, Testa Semper-Krone, zusammengestellt worden. Sie selbst hat alle Nummern entschieden und ausgesucht und dieses Programm, ja, wie gesagt, ist eben auch von ihr persönlich zusammengestellt worden. Den Film bitte. Und das Programm, ja, wie gesagt, ist eben auch von ihr, Amen. Sie haben nicht nur mit Pferden gearbeitet, sondern eben auch mit Elefanten, Giraffen, Pommies, also eine sehr, sehr vielseitige Tierlehrerin. Das zweite Programm hat den Titel Hommage an Christus Erbach-Mohne. Sie sehen hier eines ihrer Lieblingsplakate, das von dem italienischen Künstler Renato Casaro speziell für Sie gemalt wurde. Oben sehen Sie noch die Füße der Riverdance-Tänzer und Tänzerinnen, aber dazu kommen wir dann noch gleich. Jetzt sehen wir erstmal einen kurzen Programmtrailer zum Februar-Programm. ...sich verzaubert mit drei Winterprogrammen, voller Überraschungen und Highlights. Vom 1. bis 28. Februar mit dem Programm Oberradsch. Herrliche Tiere, Atemberaubende Artisten und spaßige Clowns vom Weltformat im Zirkus Kronebau in München. Tickets und Infos auch auf zirkus-kohle.de oder Telefon 545-8000. So, das war ein kurzer Überblick. Auch hier war Christus Erbach-Mohne immer sehr innovativ. Sie hat sich bereits Anfang der 90er Jahre, als eben Riverdance und Lord of the Dance hier nach Europa und nach Deutschland kamen, ist sie damals mit ihrer Familie dort hingegangen. Sie hat sich diese Show angeschaut und dort entwickelte sich dann eben diese Idee für den Zirkus. Sie hat gesagt, okay, wir nehmen schwarze Pferde, wir nehmen weiße Pferde, wir nehmen weiße Tänzer und schwarze Tänzer. Und das wird dann immer parallel zu den einzelnen Figuren, die die Pferde dann zeigen, mit dem Ballett in Kombination präsentiert. Sie selbst hat sich dann hingesetzt und hat sich die Musik zusammengeschickt, damit eben auch die Musik immer ganz genau zu den Übungen passt, die die Pferde zeigen, und dann eben zusammen mit dem Ballett. Und jetzt eben zu diesem Titel Hommage hat sich dann unsere Chefin, Jana Lesikrone, überlegt, dass man diese Produktion wieder neu auferstehen lässt. Und ja, vielleicht möchten Sie da ein paar Worte dazu sagen. Das war auch so eine intensive Zeit, als wir die Revanendshow von der Frau Christensepagone trainiert haben. Ich kann mich erinnern, wie lange die Pferde erst mal die Geräusche getönt haben von den Tänzern, in die blauen Schritte und die Bewegungen, und da haben wir wirklich viel Zeit verknüpft. Und jetzt möchte ich einfach das nochmal so ein bisschen aufnehmen lassen und die Grundgewebe rüberbringen von dem schwarzen, weißen, fröhlichen Musik. Und dann gibt es ja auch das bisschen dramatischere Stellen. Und ja, ich kann ja dann bestimmt nicht das Wasser reichen, aber ich versuche, doch auch was Hörbisches zu zeigen. Also zu den schwarzen und weißen Pferden von Jana Lesikrone kommen dann noch Tänzer und Tänzerinnen von der Sweeney McAfee G. Irish Dance School. Die schlagen dann hier Ende der Woche auf, und dann wird das eben zusammen mit den Pferden und den Tänzer und Tänzerinnen hier in der Manege probiert, damit das dann am 1. Februar auch wirklich alles reigungslos läuft. So, als nächstes haben wir natürlich dann die Wappentiere des Hauses wieder mit dabei, mit Jana Lesikrone und James Poudibois. Dieses Mal sind es die beiden afrikanischen Elefanten, Kenia und Aisha, sowie die indische Elefanten, Kumala. Also eine Dreierkombination aus zwei afrikanischen und einem indischen Elefanten. Tierisch geht es auch weiter mit Maike und Jörg Probst. Moment mal, das ist nicht Maike und Jörg Probst. Da habe ich ja... Also jetzt sind wir bei Maike und Jörg Probst. Die präsentieren eine Bauernhof-Revue auf Bayerisch mit Eseln, Ziegen, Schweinen und einem Hund. Also eine sehr, sehr lustige, bunt gemischte Tierrevue. Dann kommen wir zu einem weiteren absoluten Highlight unseres Programmes. Das ist Martin Lacy Jr. mit der größten, besten und schönsten Graubtierschule der Welt. Und da kann er sicher selbst noch einige Worte dazu sagen. Dankeschön. Ja, also ich freue mich wieder zurück hier im Wunsch mit meinen Löwen und Tiger. Für mich, das ist so wie meine Heimat hier, weil wir ganz jetzt hier kennen und wünschen Publikum. Wir kennen alle ein Name, 26 Löwen und Tiger hier gewohnt, im Circus Corona. Und er ist jetzt ungefähr seit 6,5 Jahren alt und es ist wirklich schön, dass ich wieder da arbeite mit der großen Nummer. Und dafür, wir zeigen natürlich alles, was er kann, natürlich Bewegung und diese Küste und Schuße. Aber ich zeige auch natürlich, dass es auch gefällig ist hier. Und ja, also soll ich schon sagen, dass ich ganz schön von uns wieder hier im Wunsch mit sagen. Ja, Dankeschön. Ja, also 27 Tiere, das ist einmalig auf der Welt. Weiße und goldfarbene Löwen, weiße und goldfarbene Tiger. Martin Lese Jr. wurde bereits zweimal ausgezeichnet auf dem International Circus Festival in Monte Carlo. Einmal mit dem begehrten silbernen Clown und beim letzten Mal sogar mit dem goldenen Clown. Also das ist wirklich ein absolutes Highlight. Wo wir noch bei Monte Carlo sind, geht es weiter mit Michael Ferreri. Das ist einer der schnellsten Allgenreure auf der Welt. Und gerade so eben beim derzeit noch laufenden Circus Festival in Monte Carlo mit dem bronzenden Clown ausgezeichnet. Und er reist direkt von der Côte d'Azur hier zu uns an die Isar. Humor darf natürlich bei keinem Circus-Programm fehlen. So haben wir aus Skandinavien Bonbon und Co. Das sind Bonbon, seine Frau Tina und seine beiden Kinder, Julia und Joachim. Er präsentiert mit seiner Frau eine sehr lustige Madman-Parogie und zusammen mit seinen Kindern verschiedene Reprisen und reine Nummern. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er immer der heutigen Zeit auch angepasst moderne und trendige Reprisen präsentiert. Und das ist eben seine große Stärke. Auch mit der Technik ist er da sehr, sehr, sehr gewandert und bringt immer wieder neue Sachen hierher zu uns nach München. Dann haben wir einen absoluten Thriller unter der Zirkuskuppel. Es ist Alex Michael mit dem Deckenlauf. Es ist eine sehr, sehr außergewöhnliche und sehr seltene Sparte der Artistik. Er hängt also hoch unter der 16 Meter hohen Zirkuskuppel, kopfüber und zeigt verschiedene Übungen an den Schlaufen. Schlussendlich endet mit einem Sprung ohne Sicherheitslange von diesen Schlaufen zum hängenden Trapez. Also das ist wirklich nur was für sehr, sehr starke Nerven. Dann haben wir nochmals gut ausgezeichnete Artisten. Diesmal nicht aus Monte Carlo, sondern aus Wiesbaden. Dort gibt es alle zwei Jahre den sogenannten Youth Circus. Das ist ein Jugendfestival, ein Atemungsfestival und dort haben wir fünf Artisten, vier Artisten und eine Artistin aus Budapest gefunden, die eine sehr außergewöhnliche Kombination mit Trampolin und Fangstuhl zeigen. Das ist auch was völlig Neues hier für München. Das haben wir dort gesehen und die sind wirklich sehr, sehr gut und außergewöhnlich. Und sowas möchten wir natürlich immer gerne unserem Münchner Publikum präsentieren. Eine Lieblingsnummer seit Jahrzehnten von Christel Sembach-Krone waren die sogenannten Bolas. Das sind argentinische Artisten. Bolas, das sind lange Schnüre mit Holzkuren am Ende. Und die werden dann zu verschiedenen Rhythmen und Trommeln, Wirbeln präsentiert. Und das war immer auch eine Lieblingsnummer von Christel Sembach-Krone. Sie selbst hat so ein großes argentinisches Schauenbild über viele Jahre im Tourneeprogramm präsentiert, wo sie selbst vom Pferd aus diese Bolas geschlagen hat und dann zusammen mit weiteren hohen Schulereitern eben die große hohe Schule in der Manechik gerettet hat. Also auch das eine absolute Lieblingsnummer von Christel Sembach-Krone. Dann haben wir natürlich Spitzenartistik im wahrsten Sinne des Wortes aus der Volksrepublik China. Ein Schwanensee-Ballett, das sind zwei Artisten aus China, die wirklich atemberaubende Leistungen präsentieren, wenn die Partnerinnen Spitzentanz auf den Schultern oder auf dem Kopf des Partners dort spazieren und ihre Artistik zeigen. Dann gehen wir nochmal hoch in die Luft mit einer Weltraub-Rakete und dem Duo Garcia. Das ist auch eine Darbietung, die für den Zirkus doch sehr ungewöhnlich ist. Denn an dieser rotierenden Rakete, die hier frei durch die Kuppel fliegt, werden dann eben auch sehr, sehr atemberaubte Übungen gezeigt, ohne Sicherheitsmanche, ohne irgendein Netz. Also auch das ist wirklich was für starke Nerven. Durchs Programm führt ganz bewährt natürlich unser lieber Kollege Nikolai Tomaritsch, der einfach dafür sorgt, dass die Vorstellung sehr reibungslos abläuft und begleitet das ganze Programm live, natürlich vom Großorchester des Zirkus Brone unter der Leitung von Alexander Krasio. Zwei Sachen möchte ich dann noch hervorheben. Vor jeder Nachmittagsvorstellung findet immer der sogenannte Kinderspaß statt hier in der Manege. Dort haben also die Kinder dann die Möglichkeit, auf einem großen Kalbblutpferd zu voltigieren, natürlich an einer Sicherheitsmanche befestigt. Und alle Kinder oder auch Erwachsene, die an diesem Tag Geburtstag haben, können dann hier in die Kronemanege kommen und bekommen dann eine sehr, sehr schöne Geburtstagsurkunde überreicht. Dann noch was zu unserer UNICEF-Kindergala. Am 20. Februar findet hier also in Zirkus Brone wieder eine große UNICEF-TZ-Gala statt. Zu kurzem von UNICEF natürlich, wo verschiedene Kinder, die sich jetzt hier bei uns schon beworben haben, in die artistischen und tierischen Nummern, die hier im Februar-Programm auftreten, mit eingebaut werden. Wir haben dann also vier Probetage mit denen am Probetag, wo die dann also mit den Artisten zusammen probieren, was da möglich ist, was sie eben machen können. Und dann ist am 20. Februar am Nachmittag dann eben die große UNICEF-Kindergala hier im Zirkus Brone. Dann laden wir Sie natürlich recht herzlich ein zur großen Premiere. Am 1. Februar um 20 Uhr kommt der Donnerstag. Würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie alle wieder mit dabei sind und die Premiere sich hier bei uns live langsehen. Dann seht ihr auch schöner und besser, von was wir hier jetzt gerade geredet haben. Ich danke schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie jetzt Fragen haben, bitte gerne. Raubtierprobe, sich öffentliche Raubtierprobe hier im Zirkus Brone im Rahmen des Bronezoos mit Martin Laisy. Aber da kann man sich auch noch was dazu sagen. Ja, also, es ist sehr interessant, wenn ich von hier mal sprechen kann, wie ich mein Quas. Das ist ein bisschen die Vergleichung zu bei meiner Kunden zu Hause. Das ist alles dasselbe. Es ist wirklich viel viel Zeit geduld und unbelohnt. Und dafür ist es erfolgreich hier. Deswegen machen wir das bestimmt auch am nächsten, im März auch. Es ist einfach interessant, ich schmücke die Punkte und zeige, wie ich mache das. Und dann eine Frage ist, ja, wie geht das ein Löwen, können wir sitzen und wir. Und das zeigt man einfach, es ist einfach ganz leid, jeden Moment ist anders, es ist nicht immer das Selbe. Und es ist einfach so, dieser Kontakt mit dem Publikum zusammen, Kinderfrage, Erwachsenerfrage, wie das geht. Und wir schauen ungefähr eine Stunde lang, mal ein bisschen länger, oder eine halbe Stunde, weil es ist wirklich interessant und es ist auch interessant, wenn ich lerne, wir zusammen vor und vor dem Publikum. Und was weiß ich. Und was weiß ich.